Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Das ist das letzte Clash Royale Video in diesem Jahr. Und ähm... Ja, wir haben endlich den Ballon. Wurde auch mal Zeit. Wir sind jetzt Arena 4. Und ich werde euch jetzt dazu noch mehrere Infos geben. Hier bist du Ruhe. Ich habe noch ein bisschen Husten gerade. Keine Ahnung warum. Jedenfalls sind wir Arena Nr. 4 und haben auch neue Karten. Hier den Ballon. Ähm... Oh. Hier, er ist bald verfügbar. Der Dart Goblin habe ich in einem anderen Video vorgestellt. Das seht ihr jetzt hier rechts oben eingeblendet. Ähm... Ich sorgt hier die Karten mal nach Arena. Na ja, hier haben wir hier neue Karten. Und ähm... Hier die Lakaienhorde. Der Inferno-Turm. Und... Ja, ich glaube das waren die Karten. Und den Freeze. Den haben wir auch hier. Und ich zeige euch mal den Kampf mit dem ich in Arena 4 gekommen bin. Ich glaube es war... Ja, den kann ich gar nicht angucken. Schade, schade jedenfalls. Arena 4. Finde ich auf jeden Fall gut. Den Hawk Rider haben wir leider noch nicht. Den kriegen wir wahrscheinlich noch. Wir nehmen jetzt hier einfach mal an. Äh... Dann machen wir jetzt noch schnell einen Ausbilderkampf mit dem Deck hier. Und dann... Ja, ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass es das letzte Clash Royale-Video in diesem Jahr war. 2017 geht es weiter. Aber dazu ähm... Später noch mehr. Also in einem anderen Video. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier noch den Kampf. Und dann werden wir die Folge auch beenden. Wollen wir so eine kleine Sache hier sagen. Wir werden auch den Kampf, denke ich mal, gewinnen hier. Ist ja leicht. Ist ja nichts schweres hier. So. Komm. Koboldfass hingesetzt. Und dann sollten wir es auch eigentlich gleich geschafft haben hier. Gegen Ausbilder Decks. Und... Ja. Morgen ist der 31. Also morgen ist Silvester. Da kommt ja, wie gesagt, äh... Rocket League. Folge 3. Und das Video hier ist das zweite Video, was ich heute am 30. hochlade. Und heute Morgen kam ja... Ne, heute Mittag kam ja mein 100-Video-Special. Ja. Ist unten alles verlinkt. Genauso wie Instagram. Und so. Und das ist gut. So. Ich würde jetzt ganz gerne den Kampf hier noch fertig machen. Und damit wir die Folge auch beenden können. Kommt. Manchmal dauert es echt lange hier. So. Es ist gleich 19 Uhr. Das Video wird dann wahrscheinlich um 20 Uhr oder... Halb neun kommen. Keine Ahnung. Da ist der Schweinereiter. Wir haben ihn noch nicht. Wir werden ihn, denke ich mal, nächstes Jahr dann ziehen. Und die Clan-Tro habe ich aufgemacht, als ich mal offline gespielt habe. Weil sie war dann schon eine Weile draußen. Und dann hatte ich einfach keine Lust, sie dann aufzumachen. Der Kampf ist ja hier gleich zu Ende. So eine Sachen ziehen sich ja dann auch ziemlich in die Länge, wenn man hier nicht sofort was macht. Jetzt hat der Gegner einen Turm gut. Das ist jetzt aber egal. Wir haben den Kampf eh gleich gewonnen hier. Und ja, vier Leben hat der Turm noch. Gut, jetzt keine mehr. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ja mal gerne ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.